12. September 2021, Zeit für ein weiteres Wort zum Sonntag. Ja, es geht jetzt in der NFL-Saison mit dem Wort am Sonntag weiter, auch alleine, um mich selbst darauf vorzubereiten, was am Abend dann passiert. Mehr ein bisschen über die Spiele, beziehungsweise das Spiel, das ich mit dem Michi gemeinsam kommentiere, quatschen. Und auch über das, was in Österreich passiert, denn in Österreich wird momentan Football gespielt. Mit Corona machte es möglich, die Division 2, 3 und 4, also das Football-Unterhaus in Österreich ist im vollen Swing und da ist echt was los auf den Plätzen. Das ein oder andere Spiel muss jetzt zwar jetzt zum Beispiel auch Corona-bedingt wieder abgesagt werden, aber es ist sehr viel gespielt. Es gibt teilweise sehr gute Livestreams und es gibt einen Haufen Zuschauer. Gestern waren alleine in Wels, wieder über 1000 Leute zuschauen beim Lokal-Derby Wels gegen Steyr. Geht da raus auf die Plätze, schaut euch das an oder dreht die Livestreams auf. Wir verlinken das Ganze alles auf footballaustria.com. Da wird viel berichtet über die Spiele in der Division 2, 3 und 4. Und mein Aufruf an die Zuständigen im Verein wäre, ich kriege eh schon sehr viel, aber wer es noch nicht gemacht hat und was hat, schickt mir eure Fotos, schickt mir eure Berichte. Und wir werden die hier natürlich auf Football Austria präsentieren und verarbeiten. Und wir schauen, dass wir das möglichst umfangreich kamern können, was da passiert. Und bin sehr, sehr happy, wie sich das entwickelt, gerade in Österreich, was die, habe ich eh schon oft erwähnt, die Kommunen angeht. Und dass wir da jetzt richtig einmal reinfahren in die Dörfer und kleinen Gemeinden und dort Football passiert. Ja, dann ist noch was passiert in Österreich in der höchsten Liga, in der Australian Football League. Die Graz Giants haben sich einen neuen Headcoach geangelt und zwar Dean Kokinos. Und den kennt man in Europa, der war lange Jahre in der German Football League unterwegs, sehr, sehr erfolgreich. Hat dort mehrere Teams ins Halbfinale geführt. Und mit den Munich Cowboys zweimal hinterher eine Perfect Season, ein Regular Season gespielt. Und sie dann in die Vorschlussrunde geführt. Und lange Zeit dann im Indoor-Football tätig gewesen. Richtig gute Vita. Und ja, Christian Weissener, der Vorstand der Graz Giants, hat den geholt. Gleichzeitig ist auch klargemacht worden, dass die beiden Interim-Coaches, die ja den Herrn Martin Kozian abgelöst haben, im April des Jahres 2021 bleiben werden. Brenton Gorsach und Daniel Schönheit werden Koordinatoren in dem Team der Graz Giants werden. Dann können wir sehr gespannt sein, wie sich das mit dem neuen Headcoach dann anstellt. Weil wir gehen jetzt einmal davon aus, und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen entscheiden, dass die Raiders und die Vikings mit einem Team in der European League of Football eventuell antreten werden. Und dann ist die AFL weit offen. Und ja, wenn man sieht, dass bei den Daniel Dragons der Headcoach Stefan Bocconi gerade nach Mailand gegangen ist und die Graz Giants sich jetzt mit einem erfahrenen Headcoach verstärken, könnte das durchaus interessant werden für alle Fans des Grazer Footballs. Dann ist noch was passiert, was gestern in der Nacht. Danke für den Hinweis auch, den ich da bekommen habe von Benjamin Schmidt, dem Freund von Maxi Radetzny. Maxi Radetzny ist einer der Spieler, die am College in den USA spielen, und zwar bei den Dukes in Pennsylvania. Und er ist von den Wiener Vikings gekommen dorthin und hat lange Zeit auch im Junioren-National-Team gespielt, ist zweimal Europameister geworden 2013 und 2015 und entschied sich dann 2017 nach Duques, glaube ich heißen die Dukes, zu gehen. Ein College der zweiten Klasse, nicht ganz vorne dabei, aber ein gutes. Und die haben gestern einen Major-Upset gefeiert gegen das Team der Ohio Bobcats. Die haben sie noch nie geschlagen gehabt, beziehungsweise seitdem sie in der NSC-Konferenz sind, hat sie überhaupt noch ihren Sieg gegen ein FPS-Programm. Und gestern schlagen die die 28 zu 26. Und nicht nur das, der Maxi Radetzny hat in dem Spiel auch noch einen Safety gemacht und hat hier einen wertvollen Beitrag gereistet, nämlich den wesentlichen, die zwei Punkte, um die er gewonnen hat am Ende. Und ja, da gibt es auch den Artikel auf Football Austria. Ich freue mich sehr für den Maxi, weil der Max Radetzny ist in seinem Seniorjahr und es gibt kaum ein besseres Jahr, auf dem College gut aufzufallen, positiv aufzufallen, als das Seniorjahr. Und eventuell erleben wir es ja tatsächlich, beim Thomas Schaffer haben wir vergeblich drauf gehauft, aber vielleicht ist es dann irgendwann so weit, dass ein Österreicher über ein Draft einmal zu einem NFL-Team kommt, das wäre sozusagen noch offen der Punkt, wie viele andere Punkte in der NFL auch noch offen sind, dass sie einmal spielen und so weiter. Wir wissen ja, sowohl Saiko als auch Sandro sind jetzt im Practice Camp. Beim Saiko gibt es ein bisschen mehr Nachrichten, da ist die Kiki Klepsch bemüht, rund um viel zu machen, auch für die Medien in Österreich und internationale Medien außerhalb der USA. Und da gibt es auch immer wieder Berichte auf Football Austria, darüber zu lesen. So, aber jetzt zu dem, was heute Abend passieren wird. Wir haben ja am Donnerstag ein super Auftaktspiel erlebt. Die Dallas Cowboys haben sich da angeschickt, den Titelverteidiger, Tempo B. Bacconiers, fast zu schlagen, sind da in Führung gegangen, kurz vor Ende, haben aber dann Brady noch eineinhalb Minuten Zeit lassen und ein Timeout noch auf der Uhr. Da weiß man dann meistens schon, was passiert. Genauso kam es dann auch. Ryan Suckab hat das Ganze mit einem Field Goal entschieden für die Bucks. War trotzdem eine mega spannende Partie. Kudos an die Dallas Cowboys, die niemand auf der Rechnung gehabt hat. Ich habe vorher so eine kleine Umfrage gemacht auf Twitter und da sind 84, 85 Prozent der Meinung gewesen, die Bucks gewinnen das. War noch bei den Buchmachern ein ähnlicher hoher Favorit. Dargestellt hat sich das Ganze dann allerdings ganz anders. Und Jack Prescott, den ich in unserem NFL Talk auf Puls24, den es auch online nachzusehen gibt, auf der Seite von Puls24.at. Er hat auch gesagt, er ist nicht ganz Elite für mich, wo der Pasha Asilada dann mit der Nase gerümpft hat, für ihn schon. Vielleicht hat Pasha da recht. Aber das wird sich erst im Laufe der Saison herausstellen, ob Prescott wirklich zu den Top 5 vor der Backster Liga gehört, kann durchaus sein. Im Vorjahr sah es so aus, bis zur Verletzung, nachdem ich kein ganzes Spiel gehabt habe und ihn vorher gekannt habe, hätte ich ihn eher nicht ganz oben verordert. Egal. Die Cowboys waren super, die Bucks auch super, das war generell ein lustiges Spiel. Fünf Turnovers, okay, aller Anfang ist holprig, aber ansonsten hat er wenig gestottert. Sowohl die Offense als auch die Defense, hört sich blöd an bei den riesen Raumgewinnen, die da erzielen waren, haben gut gespielt. Relativiert sich dann auch durch relativ wenig Punkte. Also es war irgendwie ein Mittelscore-Game. Geile Partie. Und das erhoffen wir uns heute auch. Wir starten um 18.50 Uhr auf Puls24, live mit dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Pittsburgh Steelers. Da sind dann Pasha Asiladab und Philipp Heisern dran und werden diese Partie übertragen und kommentieren. Und da sind viele gespannt natürlich auf den ersten Auftritt von Josh Allen im neuen Jahr. Die gelten ja als Geheimfavorit in der EFC, ein Team, das eventuell den Chiefs nahe kommen kann und die gefährden kann. Und bei den Pittsburgh Steelers glauben viele, dass es jetzt eher Richtung Runden runter geht, weil Ben Roethlisberger ist ein riesen Fragezeichen, wird wohl seine letzte Saison sein. Aber wer weiß, wer weiß, diese Prognosen immer am Anfang des Jahres, die stellen sich dann ganz schnell als ganz falsch heraus. Und mal schauen, wie die Partie ausgeht auf jeden Fall. Die Bills-Fans freuen sich. Es gibt jetzt viele neue Bills-Fans seit ein paar Jahren. Wir freuen uns auch, wenn wir immer neue Zuschauer hinzubekommen, die dann für ein Team zu brennen beginnen. Und die alten Bills-Fans, die noch miterlebt haben, dass Buffalo viermal in Folge in der Super Bowl gestanden ist und viermal die Super Bowl verloren hat, die werden, glaube ich, heuer ganz besonders Daumen drücken und hoffen, dass es jetzt irgendwann einmal mit dem ersten Titel für das Team aus Upstate New York klappt. Würde mich ehrlich freuen für die. Sie sind eine super leimende Mannschaft und ich glaube auch, dass die heute den Steelers eine harte Zeit bescheren werden. Danach geht es dann weiter mit dem Michael und mit mir. Und das ist weniger wichtig als mit Patrick Mahomes und den Cleveland Browns. Es ist Kansas City Chiefs daheim im Arrowhead Stadium gegen die Cleveland Browns. Um 22.25 Uhr starten wir mit der Partie. Und da präsentieren sich vor allem die Kansas City Chiefs komplett rundum erneuert, was ihre Offensive Line betrifft. Und das war auch wirklich notwendig. So wie die Herren voriges Jahr gespielt haben, das war wirklich gemeingefährlich für Herrn Mahomes. Und wenn man sich erinnert an das letzte Spiel, das die Cleveland Browns bestritten haben, das war das Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Da haben beide schlechte Erinnerungen dran. Die Browns deswegen, weil sie die Partie verloren haben. Knapp aber doch. Und die Chiefs deswegen, weil ihnen da Patrick Mahomes ausgefallen ist, der sich dann im Laufe dieser Postseason nicht wirklich mehr von dem Ganzen so recht erholen hat wollen. Und die Offensive Line hat gestruggelt all the way. Und war halt einfach weder ein Faktor für Quarterback Protection noch hat es ein gescheites Run-Blocking gegeben. Und die sind eigentlich zwei, die überhaupt rausgehauen waren. Und fünf neue sind gekommen. Man rechnet sogar mit fünf neuen Startern heute in der Offensive Line. Ja, das ist das, was am meisten abgeht. Was mir auch noch abgegangen wäre bei den Chiefs, um das Ganze zu kompletieren, wäre zum einen mal eine dritte Waffe für Mahomes im Passangriff. Denn der Running Back Hilaire, Edwards Hilaire, war jetzt nicht derjenige, der großartig als Receiver in Erscheinung getreten wäre. Die anderen No-Names sind dann nicht wirklich angekommen. Deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Hardman, Robinson und Bringis. Ja, ich weiß, er ist ja doch noch. Namen sind mit der Erinnerung geblieben. Die müssen heuer ein bisschen mehr zeigen, weil man hat keinen Receiver, keinen vernünftigen nachholen können. Juju Smith-Schuster ist dann doch lieber geblieben, wo er ist und nicht nach Kansas City gegangen. Und so wird man halt jetzt mit den Herren operieren müssen, die aus dem Schatten ins Licht, vom Schatten ins Licht treten müssen, um es rauszubekommen, um da eine dritte Waffe zu generieren. Und das Letzte, was sie nicht haben, die Chiefs, ist eine Rushing-Defense. Aber die brauchen es eh nicht, weil sie meistens mal hochführen. Und dann rennt der Gegner einem Rückstand nach und da wird dann eher nicht gelaufen, sondern viel gepasst. Und deswegen funktioniert die Defense bei den Chiefs auch relativ gut. Die haben einmal die Nummer 31, vorletzte waren sie im Rushing-Defense und einmal irgendwas 26 herum. Ergebnis war zweimal in der Superbowl gelandet, einmal gewonnen. Also, dass man da jetzt unbedingt noch eine Laufverteidigung zusätzlich braucht, ist ja nice to have, aber tatsächlich hat der Gegner andere Sorgen, als zu laufen gegen dich. Ja, und bei den Browns, da ist jetzt alles einmal darauf ausgerichtet, die FC zu übernehmen. Also, da stehen ja nicht mehr viele im Weg angeblich, da sind noch die Beals da, sind noch die Chiefs da und dann hat man die Titans auf der Rechnung. Bei den Ravens ist man jetzt schon wieder nach den Ausfällen in die Richtung gegangen, das wird vielleicht doch nichts. Das wird alles so prognostiziert, dass die FC eh leicht zu haben ist. Prognosen in der NFL, wir können sie vergessen. Wir wissen nach drei, vier Wochen tatsächlich, wo alle stehen und jetzt wissen wir noch gar nichts und jetzt gehen wir in den ersten Sonntag rein und dann sind wir ein bisschen gescheiter vielleicht nach den ersten Spielen und dann nach drei, vier Wochen sind wir dann richtig gescheit drauf. Ja, was noch ist sozusagen zu den Browns. Ja, 2019 hat ihnen unter anderem Michael Eschelböck, aber alle anderen auch prognostiziert, das wird ihre Saison. Der Michael hat sich gar als Superbowl-Tipp gehabt. Es war dann gar nichts. 6 zu 10, eine ganz, ganz üble Saison. Odell Beckham Jr. verletzt und nicht eingeschlagen und überhaupt alles wurde in Frage gestellt, was da passiert ist, auch der Coaching-Style, das Management, die Größe von Baker Mayfield, alle Entscheidungen, die da gefallen sind. Schlecht, schlecht, schlecht. Ja, darauf 11 zu 5 und ein Playoff-Spiel gewonnen. Das erste Playoff-Spiel seit dem 1. Jänner 1995. Damals hat gerade Bill Clinton seine Präsidentschaft begonnen. Also das ist schon sehr, sehr lang her. Und da sind sie jetzt wieder sozusagen vom ewigen Loser sind sie jetzt wieder auf der Winner-Seite und die Cleveland Browns sind da, um zu gewinnen. Und mal schauen, was sie heute schaffen. Ich hätte auch die Chiefs als Sieger hier in diesem Spiel, das wir dann kommentieren werden, ab 22.25 Uhr auf Puls24 und Puls4 wird das zu sehen sein, so wie auch im Livestream von Puls24 und auf der Zappen-App. Mal schauen, ob das dann auch so passiert. Bin gespannt auf die restlichen Ergebnisse und freue mich dann schon, wenn wir uns dann wiedersehen. Heute am Abend, 18.50 Uhr, geht es los mit unseren NFL-Übertragungen, weil das war der erste Sonntag von 22 mit NFL. One time, when you want to go.